Drei Pokémon Und wir fangen mit der Kirsche an Macht schön ein bisschen Schaden Welches Level hat die jetzt eigentlich? Muss ich gleich mal nachdenken Bodyguard Level 19 Oh, wir sind gleich auf Das wundert mich Blüht das Schild jetzt nur für ihn Oder für alle kommenden Pokémon? Wir kämpfen weiter Keggatz macht einen super Job In dieser Arena Wir gehen wieder auf den Käfertrutz Einfach weil wir es können Sehr effektiv Und senkt auch immer sofort Den Spatzangriff Physischer Attackenstand da Richtig Gut Dann können wir einfach weiter Mit Käfertrutz machen Und das letzte Mon Mal gucken, was sie noch so in der Hinterhand hat Hat sie überhaupt noch was in der Hinterhand gegen uns? Wir steigen sofort ein Level auf Wo ist die Rade? Uh Wir bleiben drin Das ist noch nicht das Ende Ha 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 Ein echt schönes Pokémon Meiner Meinung nach Wir gehen erstmal auf den Käfertrutz Stachelspore Verfehlt Der Reflektor dürfte aber theoretisch immer Immer noch verfehlt Der Reflektor dürfte mittlerweile Ne, der Reflektor ist immer noch da Strauchler 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 habe ich ganz böse Erfahrung mit Gute Nacht Dank Käfertrutz Wir jetzt einfach immer mal so ein bisschen So Zaunklinge Verfehlt Ist aufgewacht Mies Strauchler Au Au Das Rose Rade ist etwas nervig Deswegen Gute Nacht Es paralysiert mich Ich guck mal, ob ich gleich noch was anderes schönes Gegens habe Komm ich durch die Paralyse Nein Schlaf gut Die Beere hat das Teil schon weg Es kann höchstens jetzt noch eine miese Heilung kommen Was wir jetzt mal nicht hoffen Strauchler Strauchler Wie viel machst du Scheiße Strauchler Ne, Blüten wirklich Okay, das macht nicht wirklich was Das ist gut Alter Alter, was ist das für ein Rose Rade Scheiße Ich hasse Rose Rade Nein Nein, eigentlich mag ich Rose Rade Ich hasse Rose Rade Ich habe das für ein Rose Rade Ich habe das für ein Rose Rade Ich habe das für ein Rose Rade Was zur Hölle war das? Stachelspruch. Ich merke gerade, mein Felscam-Akku geht massiv in die Wicken. Ah, er bringt den Angriff noch raus. Es bringt nichts, es bringt absolut nichts, es bringt absolut nichts, es bringt absolut nichts. Ich muss mal kurz die Felscam-Akku in die Ladung hängen. Ich glaube, wir haben keine andere Wahlen, Leute. Ich glaube, es ist der Moment gekommen, wo unser erstes Mond stirbt. Und das wird Checkers sein. Also, Checkers wird uns, wenn man es uns rettet. Aber wir verabschieden uns jetzt von Kleinstein. Tut mir leid. Erster Tod der Nasslock. Ja. Gucken wir gleich mal, wer danach für uns ins Team kommt. Bitte, komm durch die Paralyse durch. Obwohl, nein, ich tue jetzt erst was gegen die Paralyse. Ich tue jetzt erst was gegen die Paralyse. Und dann heile ich mich nach... Einen Strauchler vertragen wir noch. Dann heile ich mich nachher... Obst, ne... Heile ich mich nachher nochmal hoch. Wir gehen auf den Käfertrutz. Da kommt der Strauchler. Bitte Kritte nicht. Danke. Es ist nicht sehr fiktiv. Jaja, wahrscheinlich. So. Ich heile mich noch einmal. Nein! 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 Okay. Drückt mir die Daumen, dass er lang genug schläft. Käfertrutz. Eins. Ich könnte auch mal Absorber probieren. Das schläft tief und fest. Nein. Nein, bringt nichts. Das ist ja dumm. Warte. Warte. So, die nächste Runde nutze ich zum Heilen. Warte. 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 Komm, Kritz, seid doch bitte einmal auf meiner Seite. Okay, das ist gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Was war das? Nein. Das war's für heute. Ich gehe davon aus, dass Jan euch hier zwei Parts draus macht. Auch wenn ich es vielleicht schon erwähnt habe, du bist ein echt starker Trainer. Es war bestimmt anstrengend, deine Pokémon so gut zu trainieren. Das zeigt, wie sehr du sie magst. Als Zeichen meiner Erkennung gebe ich dir das hier. Danke. Du erhältst den Waldohrn von Silvana. Mit den Waldohrn kannst du die VM-Attacke Zerschneider über den Poké-Tag benutzen. Da du zwei Ohren hast, werden dir alle getauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Und noch ein persönliches Geschenk. Aha. Und die TM-Zerschneider. Äh, Strauchler. Einfach raus hier. Raus hier und speichern. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz in die Boxen. Ja, Kali ist tot. Schade. Pokémon mit dem niedrigsten Level. Servus, Fopse. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich gehe mal davon aus, dass ich mir zwei Folgen gesehen habe. Ich gehe mal kurz zum Poké-Zentral und ane mich. Adios. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 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 Vielen Dank.